Fischstäbchen mit Reis und Gemüse und Reis und Soße, also alles in einem. Ich zeige euch jetzt gerade mal, was wir alles dazu brauchen. Wir brauchen ganz wenig wieder. Wir fangen jetzt direkt auch gleich mal mit dem Reis an. Ich habe mir jetzt schon ein Liter Wasser in den Mixtopf gegeben und zwei Teelöffel Salz. Und jetzt kochen wir uns als erstes den Reis. Ich habe mir jetzt 200 Gramm Reis abgewogen. Den geben wir jetzt rein. Dann tun wir ganz kurz unseren Thermi einfach hochdrehen, damit uns der Reis schön durchspült. Genau, dass der einfach richtig schön nass ist überall, dass der gleichmäßig durch wird. Ich zeige es euch jetzt gerade. Schaut mal, ihr seht es, glaube ich, schon. Jetzt ist er schön nass überall, der Reis. Wie gesagt, ein Liter Wasser, zwei Teelöffel Salz und 200 Gramm Reis. Und das haben wir jetzt kurz durchgespült. Und jetzt wird der Reis auch schon gekocht. Und zwar 20 Minuten. 20 Minuten auf 100 Grad. Und auf der Stufe 4. Ja, von den Zutaten her seht ihr, wir brauchen gar nicht viel. Wir brauchen nur Wasser und Milch. Gemischtes Gemüse, also Kiefkühlgemüse, Butter, Mehl, Gemüsegrühe, Falzpfeffer und Muskat. Mehr brauchen wir gar nicht. Und natürlich die Fischdäbchen. Aber die habe ich noch in der Gefriere. Also, in 20 Minuten, wenn der Reis soweit ist, ja, dann machen wir es schon fertig. Und das war es eigentlich dann auch schon. So, weiter geht's. Der Reis ist gekocht. Der wird ja im Termin immer wunderbar, wunderbar. Das wisst ihr ja. Also, so koche ich immer meinen Reis im Termin und hat bis jetzt immer wunderbar funktioniert. Ich habe auch einen Langkornreis genommen. So, jetzt holen wir den raus. Schaut einmal. Toll wieder. Bin total begeistert wieder. Wie immer perfekt. Die Flüssigkeit, was da jetzt noch drin ist, die kippe ich jetzt schnell weg. Moment. So, und schon wieder da bin ich. Jetzt machen wir auch direkt gleich mit der Soße weiter. Und zwar brauchen wir für die Soße 350 Gramm Wasser und 350 Gramm Milch. Das habe ich mir hier schon zusammen gemischt. Also, insgesamt brauchen wir dann 700 Gramm Flüssigkeit. Das geben wir da rein. Dann kommt dazu eineinhalb Teelöffel Gemüsebrühe und 50 Gramm Mehl. Das habe ich mir auch schon wieder abgewogen. Das kommt noch dazu. Dann brauchen wir noch eineinhalb Butter. Und zwar 40 Gramm. Ein bisschen Salz, Pfeffer und Muskat geben wir noch dazu. Das geben wir jetzt einfach auch so Pi mal Auge. Das probieren wir einfach. Nachher schmecken wir dann die Soße noch mal ab. Salz, Pfeffer, Muskat gebe ich ganz ein bisschen bloß rein. So, das langt auch schon. Ja, und das Ganze, das kochen wir uns jetzt sieben Minuten. Sieben Minuten auf 100 Grad. Stufe 2. So, und jetzt können wir auch schon weitermachen. Und zwar brauchen wir jetzt irgendeine Auflaufform, wo das Ganze jetzt reinkommt. Ich nehme jetzt die hier. Und da geben wir jetzt den Reis rein. Also die 200 Gramm Reis. Ihr könnt auch mehr Reis nehmen. Also das macht ihr einfach so, wie ihr braucht es von der Menge her für eure Familie. Wie gesagt, wir sind zu dritt. Da reicht uns das so. Am Anfang habe ich auch schon mal 300 Reis gemacht. Aber das ist uns einfach dann viel zu viel. Aber so ist es für uns drei von der Menge perfekt. Den Reis verteile ich jetzt da drin. So, und dann kommt noch dazu eben 500 Gramm Tief-Tee-Gemüse. Da könnt ihr jetzt wirklich das Gemüse nehmen, wo ihr gerne wollt. Ihr könnt es Brokkoli, ihr könnt es Bohnen, ihr könnt es Rosenkohl, ihr könnt es ganz egal, was ihr einfach an TK Gemüse habt, das können sie nehmen. Ich nehme wahnsinnig gern die Gemüsepfanne, Italien heißt die, also so italienische Gemüse-Mix ist das. Das ist auch schon ein bisschen gewürzt. Da ist jetzt also alles Mögliche, ist da drin wirklich von Bohnen, Paprika, Zucchini, Zwiebel. Ja, was ist denn noch alles drin? Ach, keine Ahnung, was da alles drin ist. Einfach so eine italienische Mischung. Tiefkühl eben, das ist jetzt, ja, wie lange ist es jetzt draußen? Ja, seit ich das jetzt alles so hergerichtet habe und gemacht habe. Ja, eine gute halbe Stunde, vielleicht ist es draußen. 500 Gramm. Das verteile ich jetzt da drauf. Kann man wieder wunderbar vorbereiten, so mache es ich jetzt zum Beispiel wieder. Bei uns ist jetzt wieder Nachmittag, ich richte mir das jetzt wieder alles her für heute Abend. Ja, schaut, schaut euch jetzt schon ganz toll aus. Da kommt jetzt dann eben nach sieben Minuten die Soße noch oben drüber, also die schmeckt man dann noch ab, ob sie wirklich schon passt vom Geschmack her. Dann kommt die Soße oben drüber und dann, kurz bevor ich es reinschiebe, also heute Abend erst, da verteile ich dann noch meine Fischstäbchen drauf, so viel wir eben wollen. Ja, und dann schiebe ich das nur noch in den Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze, so circa 30 bis 40 Minuten. Das sieht man dann schon, wenn die Fischstäbchen anfangen, braun zu werden. Ja, aber jetzt warten wir einfach erst einmal noch die viereinhalb Minuten, bis unsere Soße soweit ist. So, dann schauen wir mal. Ich zeige euch jetzt gerade einmal, wie es jetzt aussieht, einfach so eine weise Soße. Die probieren wir jetzt einmal, also ich denke, dass wir sie schon nochmal nachwürzen müssen. Normalerweise immer. Ja. Geben wir nochmal Salz und Pfeffer drüber. So, zum Pfeffer. Geben wir noch ein bisschen Gemüsebrühe noch dazu. Bisschen noch. Trauen wir uns vorher immer nicht rein zum Tun, weil hier immer nicht weiß, dass es zu stark wird. So, einfach von jedem nochmal ein bisschen. Aber wir können ja nach abschmecken, einfach nochmal. Jetzt verrühren wir das Ganze einfach nochmal schnell auf Stufe 6. Geht langsam an, weil wir ja noch Temperatur haben. Aber jetzt verrührt es das gescheit. Gut, passt. Passt, hat Luft und wackelt. Jetzt schauen wir nochmal, ob es jetzt besser ist. Jetzt müsste es aber schon passen. Perfekt. Absolut perfekt. Hat einfach noch ein bisschen was gefehlt. Ja, und die Soße gebe ich jetzt auf den Reis und das Gemüse. Das dickt dann auch noch nach im Backofen. So, da la. Leer. So, ihr seht jetzt, wie es jetzt ausschaut. So, und so lasse ich es jetzt stehen bis heute Abend. Und dann, kurz bevor ich es eben reinschiebe in den Backofen, ich heize dann meinen Backofen wieder vor auf 220 Grad Ober-Unterhitze. Dann hole ich meine Fischstäbchen hoch, gebe die gefrorenen Fischstäbchen auf den Auflauf, sage ich mal, eben auf das Ganze drauf. Ja, und dann schiebe ich das alles rein für circa 30, 40 Minuten. Das sehe ich dann schon, wenn sie schön braun sind. Ja, und dann hole ich euch wieder dazu und zeige euch, wie es dann fertig ausschaut. Ja, wie gesagt, ich liebe solche Gerichte, wo man einfach am Nachmittag vorbereiten kann, wo man am Abend wirklich nur noch reinschieben muss und fertig. Ich räume jetzt meine Küche auf und dann habe ich heute Abend nur noch die Auflaufform und meine drei Zeller und mein Besteck und das war's. Und sowas mag ich einfach. Ja, ihr mögt es auch, wie ihr mir immer schreibt, Manu, Auflauf, 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 wollt ihr sehen? Ja, es kommen Aufläufe, ihr seht es, ich bemühe mich ja schon. Also, ich räume jetzt auf und warte, bis es endlich Abend wird, weil ich habe jetzt schon Nachmittag, jetzt ist es halb vier bei uns, ich habe jetzt schon Hunger, ein bisschen muss ich mich noch gedulden, bis die Männer heimkommen. Also, wir sehen uns heute Abend zum Essen dann. Also, bis später. So, unser Abendessen ist jetzt fertig. Schauen wir uns einmal. So schaut er jetzt aus. Ich habe jetzt einfach 15 Fischstäbchen vorher noch draufgelegt und habe es jetzt genau 40 Minuten, habe ich es wieder drin lassen. Die Soße ist wieder schön fest geworden, genau richtig wieder. Ja, ich setze euch im Anschluss noch ein Foto, so wie ihr dann auf dem Teller angerichtet ausschaut. Ja, ich verabschiede mich bei euch. Meine Männer warten, die haben Hunger, ich muss schnell machen. Also, bis zum nächsten Mal, Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Also, macht es gut. Tschüss, eure Termimano.